So, guck ich das mal an, Rosenweier. Doppelt, dreifach, vierfach, Grill. Grill? Grill? Ehrlich? So muss das, eine nach der anderen. Guck mal. Also, wir haben hier eine Sparenbildung in der Bucht. Vier, fünfhundert Fische. Das geht hier im Sekundentakt, geht das hier raus. Die Kamera ist ständig am Laden, weil nichts anderes mehr geht. Ja, was wollen wir mehr? Eine Kirsche nach der anderen. Ehrlich? Seht ihr das? Seht ihr das? So, da könnte man fast traurig sein, ne? Dass uns die ein oder andere Forelle verlassen muss, ne? Ehrlich? So, da geht sie raus.